und damit hallo und herzlich willkommen zu folge 1500 1600 ich weiß es gar nicht mehr irgend irgendwas in einer riesengroßen zahlen kombination die man sich eigentlich so nur schwer vorstellen kann denn wir haben das ganze jetzt mittlerweile 1652 übrigens ist die folge schon doch super lange gemacht ich habe es erklärt gehabt warum wieso weshalb irgendwas funktioniert mit dem alten speicherstand ich habe auch probe halber die und jene welchen mod mal rausgenommen zu gucken was vielleicht daran liegt aber ich krieg es einfach nicht gestartet warum auch immer wir hatten das ja von der ganzen weile schon mal da war dann wochenlang das ist schon glaube ich wieder ein paar jährchen her wo das mal war da gab es ein massives update hatte sich ganz ganz viel verändert im spiel und wir konnten über wochen hinweg das nicht starten und da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so lust drauf also ich habe lieber lust damit weiter zu zocken und entsprechend neue aufnahmen zu machen und ihr habt ja alle dafür gestimmt und erwartet ja so ja klar mach auf jeden fall da haben sie keine mondbasis wieder gibt und so keine panik wird alles wieder irgendwie geben ich habe jetzt ein bisschen ausgesiebt bei dem mods habe mal ein zwei andere sachen dazu genommen nichts gravierendes eigentlich habe ich größtenteils ausgesiebt und interessanterweise kann jetzt daran liegen dass die welt auch noch komplett unverbraucht und neu ist und nichts drinsteht aber nur so am rande mein system ist ja auch nicht was neues ihr seht es unten in der beschreibung hat das spiel in unserer alten welt circa zehn elf minuten ladezeit gehabt das war echt lang das war echt tierisch lang also so lange war das früher nie ja und okay die welt war nun halt echt groß und ist schon zig jahre alt ich glaube sechs jahre mindestens müsste die spielwelt jetzt ein sein jetzt hier mit nur ein bisschen weniger mods sind wir bei noch nicht mehr einer minute also wir sind unter einer minute bei der ladezeit das finde ich persönlich sehr gut finde ich in ordnung ist wesentlich entspannter kann jetzt nicht zwischendrin noch ein eis essen oder sowas und ich kann direkt loslegen ist auch ganz schön und wo wir dann direkt dabei sind mit von wegen so direkt loslegen gucken wir doch mal wir haben jetzt ich habe noch keine neuen planeten erstellt das machen wir dann später ich habe die mods für bestimmte planeten drin die können wir dann auch erstellen ich weiß nicht ob wir den wasserplaneten mod mit hinzunehmen bin ich jetzt nicht so ganz dafür aber gehen da schon irgendwie hin ich bin nicht so ganz sicher ob ich unbedingt auf titan möchte wir haben da ja nicht so gute erfahrung gehabt ich würde natürlich gerne irgendwas nehmen wo wir ein bisschen sauerstoff schon mal haben also sowas hier wie triton zum beispiel und das glaube ich nur aus eis na das muss jetzt nicht unbedingt sein parlam war glaube ich dieser wüsten planet ich stehe ich mir jetzt auch nicht so lustig vor schwierigkeitsgrad schwer ja das gibt es auch noch was man zum beispiel machen kann ist das ja der miner hat alles dabei was man braucht ja und er kann gleichzeitig sofort die sachen abbauen was super vorteilhaft ist und dann kann man irgendwo im weltall anfangen ist natürlich so die sache direkt im weltall anfangen wenn man pech hat findet man kein eis und naja ist jetzt ein bisschen glücksspiel zumal im weltall meistens ja auch noch ein bisschen mehr los ist es sind wieder mpc mods drin das vorweg deutlich weniger als vorher ich habe zum beispiel die formig die reaver und den kult erst mal draußen gelassen da könnt ihr gerne sagen welche von den dreien ihr dabei haben wollt wieder ich würde aber mich gerne dann nur auf eine von diesen drei doch sehr krassen fraktionen beschränken also von daher schreibt einfach mal könnt ihr gerne auch in diesem video machen was ihr denn gerne oder welche von diesen drei fraktionen dabei haben wollt als ultimative bedrohung also wir haben noch andere mpcs aber die sind ja meistens nicht so krass waren das schon wirklich die die uns regelmäßig unsere basen oder sonst was zerschossen haben ich habe meteoriten eingestellte allerdings oft gering müssen wir mal gucken ob wir das so lassen aber ich finde das eigentlich ganz angenehm wenn dann so ein bisschen was los ist mit den meteoriten war das größtenteils dann doch schon recht nervig war mit und da müssen wir gucken ich bin mir nicht ganz sicher ich habe jetzt erstmal drin ja und ansonsten bin ich jetzt echt unsicher perlern wie gesagt interessiert mich eigentlich nicht ich denke wir könnten ganz klassisch dann wirklich auf der erde anfangen wir können gar nicht auf dem mond anfangen stelle ich gerade fest mars hätte auch was europa europa nicht ein mond der nur eis hatte ich weiß es gar nicht mehr aber ich glaube ich würde auf den erdähnlichen gehen weil dann können wir auch zum mond reisen entsprechend das wäre eine coole möglichkeit raumanzug finde ich persönlich ein bisschen zu entspannt ibis ist cool little bird ist auch ganz genau wobei ich den ibis mehr mag als den little bird und der meiner wir könnten wirklich im welter anfangen das wäre immer was anderes wir haben seinerzeit ganz 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 am anfang wo wir die falsche welt erstellt hatten die ersten paar folgen waren das gewesen da haben wir auf dieser plattform auf die an diesem astroiden angefangen was nicht gerade ohne war da müssen wir mal gucken das könnte man wirklich machen und baut sich dann erst mal eine basis einem astroiden natürlich jeder reiz was aufzubauen und dann damit dass den planeten zu verlassen erst mal wieder ein bisschen größer ist schwer da kommen nehmen wir den erdähnlichen planeten machen wir einen respawn dann gucken wir mal was dann passiert mal ganz spannend wieder komplett von vorne anzufangen in dem unberührten universum wo noch nichts los ist so er lädt gerade noch alles ahja wunderbar das hat auch funktioniert das hat und alles und wir sehen auch eat sleep drink repeat die mod ist auch drinnen das sollte also alles funktionieren ich hoffe das mit dem fallschirm funktioniert jetzt ja hat funktioniert wunderbar das ding ist an der ore detektor oder reichweite höher stellen so mal schauen wo wir hin wollen das ist ein bisschen schwierig da hinten da ist irgendwas wir lassen hier wieder sachen angeschalten wir brauchen auf jeden fall irgendwas wo eis ist das wäre nicht verkehrt als erstes möchte ich eigentlich gerne mal die räder einstellen genau so gehen wir das für beide hin ja sehr schön wenn ich hätte gerne stärke ist okay ähm schwindigkeit möchte ich gerne beschränken ich finde mit knapp 30 kmh ein bisschen weniger leistung reibung können wir höher setzen genau dann beschleunigt eigentlich zu schnell und wir sind entsprechend unterwegs das ist dann vollkommen fast in ordnung fast ja okay müssen wir doch noch ein bisschen schneller machen das ist mir dann doch definitiv zu langsam so mal her ähm geschwindigkeit gucken wir mal hier auf irgendwas mit 60 ne ja sehr schön ja das ist doch eine angenehmere reisegeschwindigkeit hier ist halt irgendwie nichts an Wasser hier links könnte was sein ja kurven wir mal da in die Richtung so ein Waffendepot naja wir haben ja Zeit ist ja nicht so dass wir gehetzt werden ist doch schön dass wir am Anfang Essen und alles mögliche auf 100% ist damit sollten wir es recht gut haben mit 60 kmh oh da haben wir Silber das ist schon mal sehr schön das sollten wir uns glaube ich gleich mal markieren also wenn wir jetzt schon hier Ressourcen finden oh je fängt das schon wieder an ne na gut irgendwie müssen wir hier anfangen ach das ist hier so ein Stein ja ne das möchte ich mir nicht markieren das finde ich jetzt nicht so spannend so sehe ich da hinten denn schon was ne irgendwie nicht kann nicht sein dass es nirgendwo was hat kurven wir da oben mal hin vielleicht ist hinter dem Berg irgendwas hm ja weil ohne Eis wird es sonst interessant ja bleiben wir mal bei dem Begriff da ist wirklich irgendwas ne sieht zumindest aus oder ne sieht nur so aus vielleicht ist ja da hinten noch was ist natürlich jetzt auch so interessant für mich dann okay wie starten wir jetzt neu nach diesen ganzen Folgen nach all dem was wir gemacht haben ähm ich würde gerne nicht so anfangen wie wir das sonst gehabt haben sondern vielleicht mal was anderes probieren mal gucken ähm aber eigentlich ist man ja immer so hat man so diese Routinen jetzt über die ganzen Jahre entwickelt ne ich hab das gemerkt wenn ich jetzt bei ähm Hannes auf dem Server angefangen hab und jetzt auf dem letzten zum Beispiel auch man hat dann immer so einen bestimmten Ablauf der ist jetzt mittlerweile so drin und da fängt man dann an ne man fängt erstmal an macht so ein kleines Kit dann macht man erstmal einen kleinen Tor macht ein ähm eine Windturbine drauf damit man erstmal Strom hat dann macht man eine Montageanlage oder irgendwas ein Survival Kit was man hier dann abbaut und da dann neu aufbaut und so weiter und macht vielleicht einen Bohrer damit man erstmal ein paar Ressourcen dann irgendwie bekommt wobei das dann schon relativ weit ist weil der Bohrer braucht schon recht viele Ressourcen und ja lauter solche Sachen die man dann halt entsprechend macht uh das gefällt mir das sieht echt schnieke aus hier da bin ich mal gespannt wir sind ja relativ langsam unterwegs ich wollte gerade sagen es ist ja schon was kaputt sieht fast so aus ne aber es ist nicht so ich habe mal kurz nur das Signal deaktiviert ich möchte ungern entdeckt werden ok also hier ist nichts mit Eis das ist echt bescheiden sonst müssen wir halt da hinten hin wo diese Berge sind ja wobei es hier echt schön aussieht ne ist ja nicht so dass es hässlich ist aber ich brauche auch Eis das heißt für mich wir drehen um und es geht auf zu den Bergen da hinten ja also nutzt jetzt alles nichts ist vielleicht doch ganz gut wir entfernen uns gerade von dem Shuttle denn wir hätten dem Ganzen jetzt nicht so viel entgegenzusetzen und ich möchte dann doch zügigst eigentlich ähm gucken dass wir irgendwie in die Ressourcen kommen ja mal gucken also ich hoffe ja dass bestimmte Fraktionen und Sachen jetzt häufiger spawnen ähm als vorher denn wir haben viele von den Fraktionen die wir drin hatten überhaupt nie gesehen ne und dadurch dass es jetzt ein paar weniger sind sollte die Spawnfrequenz oder Häufigkeit von den anderen ja deutlich höher sein immer gespannt was das denn für Auswirkungen hat ich habe auch wieder diese ähm Kochmod mit drin dass wir halt für die Eat Sleep Drink Repeat ähm ein paar Sachen halt herstellen können die höherwertiger sind damit man nicht alle Nase lang nur von Wasser und äh improvisiertem Essen leben muss muss ja nicht unbedingt sein ne ja genau äh wahrscheinlich war direkt eben da irgendwo so ein kleiner See und wir fahren das wieder meilenweit durch die Gegend weil das da hinten ist schon echt weit weg ne ja ähm zu den Einstellungen ich habe eigentlich nicht viel verändert das ist eigentlich genau so von der Einstellung her wie wir es in der letzten Welt haben ich habe geguckt dass wir ein bisschen eine Performance Hand haben weil ich ja das ähm 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 Block Limit rausnehme und wir werden mit der Zeit dann doch relativ viel wieder bauen und ich möchte einfach nicht dass dann die Performance ich weiß was ist das für eine krasse Fliege wie geht die mir jetzt selber ähm äh dann irgendwie halt äh beeinträchtigt wird muss man mal gucken ich habe ja schon mal gedacht ob ich ein Upgrade mache vom von von der CPU vom Prozessor aber ähm ja ich weiß es noch nicht so hundertprozentig bin ich jetzt gar nicht sicher ob ich die wirklich nehmen kann weil ich nicht ich muss ja gucken welcher welcher Chipsatz auf dem Mainboard ist irgendwas hatte ich gelesen dass dieser andere zwar vom Sockel her passt aber irgendeinen bestimmten Chipsatz voraussetzt und ich muss jetzt erstmal gucken ob mein Mainboard diesen Chipsatz hat wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss ich mal gucken ah das sind wieder Ewigkeiten ja wenn ich überlege meinen letzten Rechner wann habe ich den zusammen gebastelt überlegen äh oh 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 das ist gut wo ist das ja natürlich ist es da hinten da wo wir gerade herkommen ähm sag ich jetzt mal nö aber gut wir sehen es gibt wieder Supply Drops die brauchen wir auch ne das ist echt so ein so ein wichtiges Ding geworden gerade durch die Eat Sleep Drink Repeat also unsere sagen wir einfach mal so unsere Überlebensmod ne das ist ein bisschen besser als wenn ich dann immer wieder den Namen dieser Mod nennen muss sonst muss ich irgendwann Geld vom vom Entwickler verlangen weil ich dann die ganze Zeit das Ding bewerbe das möchte ich eigentlich nicht nein ich möchte das nicht die ganze Zeit bewerben ihr seht das ja eh also ich werde noch mal gucken ich werde eine aktualisierte Modliste machen für das neue LP also für was heißt neues LP es ist ja kein neues LP es ist eine neue Staffel genau ein ähm ein ähm Sequel genau kein Prequel wie das ja so häufig ist wo man dann einfach nochmal vor die ganzen Filme oder vor die letzte Serie springt oder sondern ein Sequel eine Weiterführung genau es geht halt einfach weiter bloß eben in einem Paralleluniversum genau wo einfach noch nichts ist und wo wir uns auch keinen Namen gemacht haben ich hatte irgendwann mal gar nicht so lange her darüber nachgedacht halt wirklich mal einen Neustart zu machen einfach weil ich mir dachte ja gut okay die Welt macht schon viele Mucken und die Grundarchitektur der Welt ist halt einfach schon mal unheimlich alt ja und ich weiß nicht ob überhaupt jemand einen so alten Speicherstand immer noch nutzt ähm mit so vielen Mots und allem drum und dran ähm mag ich zu bezweifeln und dass es da so viele gibt die das so machen und da hatte ich dann schon mal drüber nachgedacht und da war so der Grundgedanke okay könnte ich ja machen und dann ähm erstelle ich ist das da längst kürzer ich weiß das gar nicht ich falle von mir so in die Mitte ähm da stelle ich so ein Schiff ähm so was weiß ich so ein so ein ähm ja Schiffe interstellare Reisen mit allem drum und dran und dann äh mache ich einen Warpsprung praktisch dann gibt es einen Cut irgendwas und dann äh sind wir wieder da mit dem Schiff nach dem Warpsprung und schwupps sind wir in einer anderen Galaxie haha das wäre dann diese hier gewesen so nach dem Motto und fangen dann da von vorne an jetzt äh hat sich das halt aufgrund des Updates so ein bisschen anders ergeben ist auch nicht dramatisch da rechts ist ein Stein da könnte wieder was drin sein oder ist das ein Stein das ist kein Stein äh das ist schwierig zu sagen nein das ist ein Strauch ein Strichlein das ist echt weit weg ne gut wir könnten natürlich schneller sein ne das muss man ganz klar sagen wenn wir die Geschwindigkeit höher schrauben würden es ich glaube wir hätten auch ganz gute Chancen ehrlich gesagt wenn ich das hier gerade sehe wie gut die das sage ich jetzt das Gelände ist jetzt gerade super toll perfekt geeignet dafür und ein paar Meter weiter das ist wahrscheinlich total schrecklich ich gehe mal vorsichtshalber auf 90 genau machen wir einfach mal 90 dann sind wir jetzt dann nochmal einen Ticken schneller wir haben die Reibung ja erhöht Leistung ist jetzt nicht ganz so hoch von daher sollte nicht so viel passieren aber ich sehe gerade dass mein Timerchen sich hier meldet ja vom Stream Deck hatte ich so einen Timer den ich immer aktiviere der jetzt gerade läutet und mir somit sagt Keule du die Viertelstunde die ist jetzt rum das heißt ich würde euch dann jetzt ich sollte vielleicht nicht so weit raus um ich würde euch dann jetzt verlassen ja hier ist kein Eis ja das ist wirklich kein Eis das ist krass es gibt kein Eis hier das ist auch noch zu weit weg ähm und dann fahren wir beim nächsten Mal so ein bisschen durch die Gegend wir müssen wie gesagt also ich finde die erste Location muss schon stimmig sein dass wir alles in der Nähe haben ich will es nicht unbedingt auf dem Eis sehe dann halt meine Bude aufbauen das ist jetzt nicht so mein mein Ziel ich sehe sowas von uns diesen Rover schon schrotten es wäre auch mal was Neues wenn wir das nicht machen würden dann wird zumindest Kobalt gefunden in einem kleinen Steinchen auch ist das schön ähm Better Resources ist übrigens auch wieder mit dabei das heißt ähm alles ist wieder ein bisschen trickier ähm nicht ganz so easy peasy wie im normalen Spiel man muss ein bisschen mehr halt auf bestimmte Sachen achten finde ich eigentlich ganz angenehm und wenn wir gleich von vornherein damit starten das ist halt auch ganz cool mhm gucken was das da noch so mit sich bringt oder halt auch eben nicht ja Hauptsache wir haben einen vernünftigen Start okay gut ich werde hier erstmal ein Postgen machen nochmal einfach mal hier schön Handbremse während der Fahrt reingezogen dann passt dir doch garantiert nix und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in diesem Sinne bis dahin euer Mr. Zocker Zocker